Die EKHN hat sich am Christopher Street Day beteiligt. Trotzdem sorgt das Familienpapier der EKD immer noch für harsche Kritik. Dabei geht es vor allem um die Neubewertung homosexueller Lebenspartnerschaften. Mitautor des Papieres ist Kirchenpräsident Volker Jung. Im Interview mit dem Evangelischen Pressedienst stellte er sich hinter die Aussagen der Orientierungshilfe. Diese geben weder das Leitbild der Ehe auf, noch seien sie schädlich für die Ökumene. Für uns heute ist Homosexualität weder Krankheit noch Sünde, sondern eine unveränderbare Veranlagung. Die Grundschulkinder im mittelhessischen Herborn-Hörbach lernen auch in den Sommerferien. In der evangelischen Kindertagesstätte Schatzkiste üben sie den richtigen Umgang mit dem besten Freund des Menschen. Dabei helfen ihnen die drei Rüden Olek, Quentin und Wolf. Das Ziel der Aktion ist, dass Kinder eben die Begegnung haben mit Hunden. Dass Kinder von Fachleuten erklärt bekommen, wie gehe ich damit um, wenn mir ein Hund begegnet. Dass Kinder sicherer werden in der Mimik des Hundes, dass sie erkennen lernen, wann ist ein Hund aggressiv, wann ist er aufmerksamker, wann will er wirklich nur spielen. Und wer den Kindern so beim Lernen hilft, wird natürlich auch gekrault. Sie ist rund 150 Jahre alt und sendet eine Botschaft aus dem 19. Jahrhundert. Bauarbeiter haben bei Renovierungsarbeiten an der Kirche in Neuhäusl, das ist in der Nähe von Koblenz, eine Zeitkapsel aus Zink entdeckt. Nur mit speziellem Werkzeug konnten die Männer sie öffnen. Bei der Öffnung machte sich dann leichte Enttäuschung breit. Nicht mehr lesbare Papierfetzen, Silbergroschen und drei alte Zeitungen waren in der Kapsel. Die Artikel waren aber noch gut lesbar und geben Einblicke in das Leben aus dem Jahr 1877. Die Finder wollen es jetzt besser machen als ihre Vorgänger. Die Zeitkapsel wird wieder befüllt und eingemauert. Was genau aus dem Jahr 2013 ins Kästchen wandert, ist aber geheim. Was genau aus dem Jahr 2013 ins Kästchen wandert, ist aber geheim.